weiter bauen so jason wir gehen jetzt es kam wir müssen wer ist hier ausgelockt der alte maul der maul ach so ja ja es steht nicht in den regeln dass man keine ich brauche noch kurz wir haben nicht überall von der ist ich bin gerade in den regeln es steht nichts davon drin wenn es mal drin stand jetzt steht es nicht mehr drin habt ihr irgendwo uns mich jetzt hier aufgestellt die hatte ich doch grad noch gesehen alter bin ich dumm jason durchreiter ich hoffe du hast richtig geleist ich hoffe du hast richtig geleist wir sind jetzt auch genau so einfach seine ihn hier weg sprengen und er kann nichts machen weil er in unserer base ist wir sind jetzt gekommen ich wieder ich hab kurz mein laptop mal gestorben ach der stego hat ein gewichtskraft gerät ja jetzt kannst du was rein was haben die gemacht oh jason der ist ein hohes level ich hab noch ein 60er wolf betäubt ich ziehe jetzt durch mit dem betäubt äh gut will wenn ihr ausfallen sterbt ist nicht unsere schön ich bin wir sind die daraus mal killen er hat bestimmt guten Da oben stehen noch ein paar Spikes. Wo bauen die denn? Bauen die direkt neben uns oder was? Nein, bei dieser großen Höhle. Höhlen hier halt jetzt ein bisschen rum. Alter, steht jetzt zu viel. Die ganze Zeit, wenn ich mein Arc-Stapel erbauen kann. Na, du kannst irgendwo runter gucken. Haben wir irgendwo noch Zement für mehr Walls? Ja, im Wald. Ja, nein, vielleicht. Was? Zement für mehr Walls. Auch nicht. Ähm, wir machen einfach ne süßige Steinmauben. Klatscht alles voll, das hat nix mehr spawnd. Okay. Jason, links. Alter, um den ganzen Berg. Ja. Hey, was wollen die? Die fahren mit dem Schuh. Bist du wegkomm? Wir sitzen überall... Die dürfen gar nicht... Was wollen die machen? Es geht gar nicht zu jetzt auf Brontos. Das ist nur ein ganz normaler Bronto, von daher. Komm da mit Bronto. Okay? Wenn nicht kommen, wir halt mit einem Parek-Sympotel. Jason, zurück. Tschö. Ich... Also... Hier, hier, hier. Hier, hier ist kein Walls. Ja, wo soll von Daishen setzen. Okay, ich komme da hier schon, die hat nécessairesten 200 Kilometer, bleibt klar. Wir sollten bisschen was mitgehen, oder? Irgendwie und Jason sind doch schon auf dem Weg. Boah der war 150. Irgendwie. Überall von Daishen setzen jetzt. Mhm. Netz aus Metall Erstmal nur aus Stein Ja, aber Holz geht dadurch Tiere kaputt Ja, sie dürfen nichts kaputt machen Hä, aber ich hab zwei neue Höhle so nah hier dran, die ist doch nun mal übelst weit weg Jason, wo ist er? Ich hab zwei neue Tiere, äh Reistiere nach Hause gebracht Ja, was macht der hier? Was denn? Ein Hirsch und ein Wolf Weife ist der Tier oder Männlich? Ah, Wolf können wir fahren Jungs Ja, welches Level sind die Tiers, der Wolf, den du mitbrach hast? Einfach fahren erst mal Achso, der ist Level 89, war Level 60 Ja, ich würd aber Wölfe jetzt mal nicht so Low Level fahren, weil wir schnell glaube ich höhere kriegen an diesem Berg Ja Ja, paar doch erstmal, oder? Du wirst neue Weibchen bekommen und so Ja, aber die werden nicht großartig stecken Und ich kann sowieso nicht hören Wo ist das Tier? Wo ist das Tier? Hinter mir Schau mal in Molta, die wollte schon bald spät kommen Ja, ich hab jetzt erst das geschmissene Sprache essen, da muss ich mit Ich bin jetzt gleich weg Achso, nein komm, schreib nicht mehr Ich glaub ich komm dann um morgen wieder Achso, ok Dadurch, dass da noch halbe Stunde Risse zwischendrin ist, bin ich effektiv allzu lange weg Das sind 2 Stunden Aber wir haben gleich 25 Stunden Hanna von der ich in Sitze Mach ich grad Was dann? Was denn? Achso, mach den Generator Ja gut, dann geh hin und sag was, sag das ist Raid Ja Ja und da sind unsere Foundations Die wollen, die wollen uns klein halten Werd ich mal Dürfen die nicht Warte Dürfen sie nicht, ist nicht erlaubt Äh, irgendwie ist da nicht Ich weiß nicht, ich finde Weg nicht Hallo Äh, Entei, was machst du hier? Was macht ihr hier? Ich muss gar nicht, dass die dort oben bauen Ich muss gar nicht, dass die dort oben bauen Ähm, bei Wie weit ist deren Base? Oh ey, ich brauch jetzt mal Koordinaten wieder Wo ist unsere, wo ist deren? Der Pi, magst du zufällig eine Schnecke von uns? Alles klar Wo steht, dass man nicht den Spot wechselt, auch wenn man geraden würde? Was ist denn? Chat Wo steht denn was? Wir haben ja einen Spot im Leben Ja, aber das ist keine Bestimmung Wir wirken bei einer Tumon Wir haben ja eine Tumon Ja Warum bauen wir denn neben ihrer Base? Ja Wo ist deren Base? Wo ist deren Base? Ja Äh Na ja Habt ihr ne Aufnahme? Es sieht einer von uns so aus, weil sie hat gerade auch nicht Baut doch nicht neben Kingdom, ja Baut doch nicht, dass ganz so gut ist Wir sind total weit weg Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ja Das zeigt schon einfach so ein bisschen nicht Naja Es zeigt schon aus, dass das wie Kinder sind Achtung Und wenn wir jetzt umziehen, dann töten sie uns und wir haben gar nichts mehr Das Geheule regt einen auf Es ist aber wirklich so Was heute klingen wir jetzt wegen ihren Farmspot rum Sollen sie woanders beteil farmen? Man blockt überall wo man groß baut, blockt man einen Spot Egal wo man groß baut, blockt man einen Betalspot Während da jetzt ist auch der Beam Staffel 2 Höhle Die ist doch übelst weit weg von mir Definiere übelst weit Sag mir die Koordinaten Beam Staffel 2 Diese große Höhle wo sie ein Ende drin gebaut haben Da sind sie doch übelst lange hingeflogen Weiß ich nicht ganz gut Ich wette, die fahren hier einfach mit Arcade oben Guck auf die Karte auf Fett Und deswegen wollen die zu Das ist auch so richtig genervt Das ist auch so richtig genervt Perfekt Ja alles klar Vor und denken Vor und denken Den Start gibt es da an was sie grad abziehen nix Die töten die Leute mit dem Rocky Werden sie Foundation schätzen und so weiter Wir werden dauerhaft von Rocky ist von euch abgeschoss Die haben auch ein Torreturn da oben drüber gestellt Ja einfach mal Das war nicht Ich bin jetzt. Ich bin jetzt zu Beginn Der Ort auf das Sie werden da um die Fett Durch was? Egal, ignorier weitersätze weitersätze kindem kindem ist hin an der höhle in koordinaten habe ich das nicht dahinter die bucht das ist 65 85 das ist ein ganzer map block am alten spot ist nichts warum soll ich daher da ist der steko da hinten im wald ich bin wegen dem steg oder hier klar sind doch kommen was ist denn jetzt los naja ich hab noch nix können bisschen kristall du bist hier metaller nicht schon bei 300 bin ich ja ja steh du am rand ich muss hier eh schreibe la frisch vor warum sind wir eigentlich immer noch hier im tunnel kommt da eh keiner wer ist jetzt alles gejoinnt impio und genau ich weiß nicht ob impio entkommen wie weit sind wir weg kriege man noch sah gleich also das muss mindestens weil die sind an wasser direkt an wasser du siehst den im spectator nicht nö nö mach fotos mach fotos man sieht ja wie sie mich auch gefilter im chat äh im äh haben sie den turm weg gemacht warum heiße ich eigentlich johann keine ahnung der kürzlichen behauptet das hat sich wohl auch obwohl er selbst ich lege mich in diesem Teil das bloß gerade noch nicht das oben hoch Prozent das ist die hier wird gesehen vielleicht zufällig ich finde ich bin weg ich habe auch eingeloggt kein Bock mich auszulocken die hier ich weiß ich weiß wie ich weiß wie die 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 von Len die die bahn Aber das sind nur meine Hälfte mit einer Holzlaute, weil wenn sie sich reinsträngen und die Holzlaute kaputt machen... Wo ist denn ihr Base? Also sie müssen wohl in dem Stein gebaut haben. Sonst hätte sie das ja gesehen. Ist da nicht die Ablösen oder sowas? Die haben bei uns ihre Base oder was? Offensichtlich, wenn sie auf der Tür treten, können sie sich nicht bewegen, weil da unsere Base ist. Ich glaube offensichtlich. Ich meine... Aber wir sind nicht... Aber deswegen konnten wir nicht mehr bauen, weil da ihre Base ist. Vor allem, da wollten wir alle auch noch hin. Wir haben den alten Spockkontakt abgerissen, also... Ja, aber kann sein, dass wir noch von denen gehen. Nix. 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 Oli. Nix. 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 Was er jetzt kommt? Jason bleibt bei mir, ich gucke wie Malarfen müssen Hey, die fahren hier grad mit Ankylo Soll ich es die Dings zu? Ne, Spectatra weiter der hochlaufen du machst jetzt nicht gerade aus der schneeberg ich flitz jetzt schneller die betäubungsweise 70 stück verloren so ich geh da jetzt etwas hoch und farm hier steine ab vorsicht sie hauen uns die jagen bis zu den fondations ich hab's gesagt verschwinde hier ist meine fondation hier ist mein gebiet hier sind unsere fondations man sieht die gehen aus der farm gerade ich baue grad fondations ich will einen metallstein abbauen ich baue extra fondations das ist in meiner wenn du mich jetzt angreifst das ist hier steht eine fondation kollege das ist eine basebereich verschwindet ihr blockt da spots wo ist denn das eine base sei doof der schwachkopf alle was ist das die team mit einer rakete krist vorsicht der schießt auf den wolf wolf bist du alter das war ein geflamen einmal wirklich ich bin jetzt an der fondation der schießt mit einem sniper auf mich abgeschossen wo wurde denn der wolf getötet da wo von der auf einer fondation von uns ja auf der ist wie weit war die fondation weg die ist hier oben auf der klippe ja das ist hier oben mach die hinne wieder weg ja wir müssen gucken dass wir schnellstmöglich zum spot kommen denkst du die base passt so und die grundsache ist ausreichlich das ist kleihalle ne der lair ohne in die base schieße ist kleihalle das ist von unten er hat impi erst geschossen ich hole den wolf ich habe seinen wolf gesichert da vorne da vorne da frage ich dir denn an der impi darf ich dir jetzt hoch gehen burland die machen ja auch bei uns fachst hier wird ja nichts unternommen chrisplay nein wir machen nichts wir halle die regle in und was ist jetzt mit wade schutz und trotzdem getötet wer an der base Also passiert gar nichts Ja, regle durch, ziehe oder ganz weglosse Trotzdem bin ich übsgenervt von der Aktion an sich, weil es von beiden Seiten einfach scheiße ist Steht mal die Sache rumdrehen, hätten wir wieder die Tiere gelöscht, Gret Nö Du bist ja Imperium, ich mein Kingdom, die bauen jetzt halt ringsherum von Delschen zum Eurobase Dass ihr euch auch gar nicht größer machen könnt Wie, bei uns? Ja Ah, gut Impi, bauch mich weiter Wir setzen hier permanent jemanden oben zum Spotten hin Und sobald ihr aus der Base rausgeht, irgendwas tame geht oder so Das ist, ist es Camper Mit Ansage Sehr gut, Quai Wir werden warten, wir werden warten, bis ihr ganz weit weg seid Wo wäre es das jetzt hier noch? Ist trotzdem mit Ansage, Clayhalle Super, helfen wir jetzt Imperium Geil Was? Das ist ein Sinosa-Scheiß Alle in die Base In die Base zurück Alle zurück in die Base Das war Ansage von unten, die alle in die Base zurück Wer ist der Rex jetzt? Die Ritter Ah Ja, das ist jetzt gerade Kriegsgebiet geworden, ne? Keine Ahnung Ja, aber die gehen nur auf euch, weil die das genauso dämlich finden Also Chris, dass das... Ja, das Ritter jetzt gekommen ist, da kannst du jetzt sagen, also da kann ich sogar jetzt wieder sagen, was ich will Ich muss nicht erkennen, wenn ich noch ein paar noch ein Schmuck Ansonsten guck mal das, was wir an dem Markt brauchen, wie sie schon sind, dass wir das schon mal in... Ich repatriere gerade alles, was wir an Staff haben, und alles in den Sekt-Wund-Tippes Drei Fangen dann an, den Staff umzulagern in die Merse, und so weiter So, meine Mates holen jetzt das Metall, was sie verloren haben, durch den Rex Ach, aber meine Türen habt ihr alle gehasst Ich hab alle in der Base, wir sind doch nicht dabei Ähm, dort wo die... Schmelzen sind Und ich hoffe, jetzt klärt sich das, dass ihr dann nicht die ganze Zeit kämpft, aber lass sie doch bei uns einfach auf der Olle Also alles was für hergestellte Rüstung, hergestellte Munition Haben ja alle Raid-Schutz, sind wir dann noch raiden? Hey, es gibt genug Trials, die noch keinen Raid-Schutz haben Habt ihr Raid-Schutz? Ne, und gerne mal vorbeikommen Und dann können wir damit auch alles was zum Krab, wie das wir in den Spielsbruch Alles wachsen mal rein Ich hab dem Famous wurde geradet Es ist ein Lager Ring Es kam keine Meldung, dass sie keine Schnecke mehr haben Also sind es immer noch... Ja... Abtreibung kann ja auch gerne mal jemand vorbeikommen Alle kennen wieder Farmen Wer kann wieder Farmen? Ich denke, die haben... Wer? Ganz einfach, wer geht wo die Farmen? Ne... Waren wir schon ganz am Anfang Komm schon, irgendwer meldet sich oder ich teile an Ja, oder ich mache auch noch eine Schnecke oder sogar mehrere oder keine Ahnung Mir egal wo, wer geht wo die mehr Farmen? Auf jeden Fall bringt es ja nichts, hier jetzt zu campen Ne, wir campen nicht, wir holen das Metall und dann hauen wir wieder auf Machst du dir den Turreturm weg? Ne, der Turreturm bleibt da Naja, den habt ihr ja schnell weg, sobald ihr mein Tier habt Pfff Ja, darf ich sowas weg machen ohne Schneck? Den würd ich dir erlauben es auf den PVP, gehört nicht dabei, ist so viel zu weit weg Ja, da würd ich dir das immer noch aufgeben, kannst du ruhig weg machen Dann baut noch gleich ab und spart ihr die Turret, Alter Ne, haben wir noch Und einer muss Zementinpasta holen Zementinpasta oder Zitrinkerraten Das ist in einer äh... In einem Fresort, in einer überflüssige Farbe Und Perlen Ich will einfach hören wer was macht, oder ich fahr ein Ja Der Pulda macht Prolinien 2-6-Fights Und Ilka macht Prolinien Lass die jetzt in Ruhe und dann ist Ruhe Ähm, tu mal die, die, die Foundations noch Ja, ich... Ja, ich... Oh, wir haben ja noch Mappen Im PVP, wer... So, wir müssen äh... Peter der Harrodin NX? Weiß ich nicht Ja, also... Ich hab vorhin... Die haben uns geholfen, oder was? Anscheinend haben die Do jetzt ordentlich reingeballert Aber äh, Over the Tour of the Turm wird nicht weggemacht Den müssen wir selber wegmachen Auf dem Bett ist ja nur beim Gärten entgegen Auf dem Bett ist ja nur beim Gärten entgegen Ja, ich hab mal später NX noch was Ja, ich hab mal später NX noch was NX ist dann... Klär das außerhalb Nicht in der Aufnahme Ich hab sowieso jetzt sehr wenig Ich hab sowieso jetzt sehr wenig